Hier präsentieren wir die 5 besten Lattenroste Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Ravensbecker Medimet 44 Leisten 7 Zonen Buche Lattenrahmen. Ein echter Betonen in Bezug auf die einzelnen bestehenden Bequemlichkeits der Medimet-Lattenstruktur von Ravens ist. Komfortable 7 liegenden Bereiche sind mit einer Gesamtmenge von 44 anpassbaren Streifen ausgerichtet. Die hohe Zahl zusammen mit der Sicherheit der privaten Streifen machen die sonst notwendig, in einem Lattenanlagegürtel überflüssig. Die einzelnen Streifen werden aus 15-fache Querbuchenholz verleimt sowie zusätzlich Folienbeschichteten aufgebaut. Der Grad der Härte zwischen Flächen normal einstellbar in diesem Entwurf. Dies ermöglicht es Ihnen, genau zu identifizieren und den Grad der Härte auf, die feinste Anzüge Ihrer Anforderungen. Die extra breiten Trio-Gummikappen überlappen sich die Rahmen auf beiden Seiten. Nummer 4. E-Flair Lattenrost 90 B 200 cm Ebenfalls eher in einem einfachen Stil ist die Lattenrahmen von E-Flair. Das Däsichen bietet nicht viele Extras. Über die Länge der Streifen 28 verteilt, die von einem Hauptband stabilisiert werden, die zusätzlich die Druckverteilung dient. Das einzige Bequemlichkeit-Attribut ist in der Tat der einstellbare Härtegrad im Bereich des Beckens. Mehr privaten Änderungen sind mit diesem Entwurf nicht durchführbar. Darüber hinaus weder der Kopf, weder der Fuß ist einstellbar. Das Gebäude der zerlegten Lattenstruktur scheint für die meisten Menschen ein Hindernis zu sein. Viele Kunden berichten, Probleme bei der Zusammenstellung. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3. FMP 2200027 Zonen Lattenrost Rodos KF Ein echter Clean-Favorit scheint die Lattenrodos KF von FMP zu sein. Ein stattliches 44 anpassbaren Latten sind die 7 bestehenden Bereiche überstiegen. Die privaten Streifen sind mit einem Zentralband verbunden. Dies liefert zusätzliche Stabilität. Im Beckenlage werden Sie sicherlich 9 Schieberregler finden auf jeder Seite, mit dem Sie Gradfestigkeit verändern können. Sie werden sicherlich die richtige Änderung des Niveaus der Festigkeit für Sie finden. Nr. 2 TORO 22914 7 Zonen Lattenrost Etwas weniger aufwendig ist dieser Lattenrost von TORO. Dieses Produkt hat auch 7 Körbzonen, die eine ergonomische Liegeeinstellung garantieren. Nur 28 Streifen verteilt über diese Bereiche in einem Bereich von 3 cm aus. Die TORO Lattenrahmenpreise nur etwa 50% der zuvor genannten Variante. Sie können den Grad der Festigkeit im Beckenbereich zu Ihren privaten Anforderungen anpassen. Ein Mittelband, das die Streifen miteinander legt, stellt sicher eine bessere Verteilung der Belastung. Und die Nr. 1 unserer Liste VARIUS LEB BEST 42 Lattenrost Der Lattenrost VARIUS LEB BEST 42 streut 42 Lamellen auf 7 Zonen, die Ihren Körper perfekt im ganzen Rest erhalten. Die Streifen zusammen mit den Seitenteilen sind aus hartem Buchenholz. Der Lattenrost hat eine 6-fache Festigkeit-Politik im Bereich der, die Hüften. Dualstreifen unterstützen zusätzlich den Beckenbereich. Wenn Sie häufig im Bett ruhen, halten die Lattenstruktur wird sicherlich diese Überlastung auch auf lange Sicht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.